Musik In der Realschule in Dettelbach, da will man jetzt ganz hoch hinaus. Aus 35.000 Meter bis an den Rand des Weltalls in die Stratosphäre. Aktuell baut die 10. Klasse noch an dem Wetterballon, der auf 35.000 Meter Höhe steigen soll. Natürlich dann auch mit zwei Kameras an Bord. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob die Ozonschicht hier bei uns in der Region noch intakt ist und sind dabei in 10 Tagen, wenn es losgeht. Am 10. Juli um 11 Uhr, der Tag wurde zum Space Day ausgerufen. Wir drücken auf jeden Fall schon mal ganz fest die Daumen. Auf geht's mit dem Wetterballon in die Stratosphäre. Wir zählen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 1. Wir drücken auf jeden Fall schon mal ganz fest. Wir drücken auf jeden Fall schon mal ganz fest. Wir drücken auf jeden Fall schon mal ganz fest. Wir drücken auf jeden Fall schon mal ganz fest. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020